Hallo ihr Lieben, hier ist Gudrun von Stempel-Elfe. Am 1. Dezember startet der Ausverkauf aus dem Mini-Katalog Julio bis Dezember. Es sind wirklich satte Rabatte dabei, teilweise bis zu 60%. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal die reduzierten Produkte und gehe mit euch den Katalog durch. Wir fangen mal an auf Seite 5. Das Kreativset, kleine Stärkung geht raus, ist leider nicht reduziert. Dann haben wir die Produktreihe Süße Feiertage geht raus. Und zwar, die Stempelsets sind nicht reduziert. Die Glitzersteinchen, das sind die selbstklebenden Pailletten in Weihnachtsfarben, die sind 60% reduziert auf 3,40€. Und auch das Glitzerpapier ist reduziert auf 60% auf 2,50€. Die Seilepapiere gehen generell immer raus. Das ist auch reduziert, Süße Feiertage, um 60% auf 5,90€. Dann geht es hier weiter mit dem Stempelset Süße Zuckerstangen und den Stanzformen. Das sind beides reduziert auf 60%. Das Stempelset kostet noch 10,80€ und die Stanzformen 17,20€. Die Produktpakete gehen sowieso immer raus, egal ob die Stempel und Stanzen einzeln übernommen werden. Dann hier geht das Stempelset Weihnachtsbanner raus. In Deutsch ist es leider nicht reduziert, aber im Englischen um 20% auf 22,40€. Die Stanzformen sind aber reduziert, um 60%, kosten nur noch 16€. Leider geht auch das Set raus, das finde ich so schade. Es ist wirklich schönes. Festlich geschmückt geht raus, ist aber noch, der gleiche Bereich ist geblieben. Leider nicht reduziert, aber im Englischen, wenn euch die Abdrücke wichtiger sind als die Sprüche. Im Englischen ist es bei 60% und kostet nur noch 8,80€. Die Stanzformen festlicher Umrisse kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das sind so schöne Stanzen. Einmal hat man den Umriss, die Konturen, und innen drin Stanz er automatisch mit aus. Das ist wirklich schön. 60% reduziert auf 15,60€. Dann geht es weiter. Auf Seite 14, die... Weasel Reindeer, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, geht raus, ist aber nicht reduziert. Dann haben wir hier auf Seite 15. Weihnachten untermiste 2 geht raus. Der deutsche Preis ist so geblieben, aber der englische ist 30%, also die englische Schrift ist 30% reduziert. Auf 18,90€. Und dazu die Stanzformen sind 60% reduziert. Auf 15,20€. Die Basics für Maya Perlern, die werden übernommen. Das sieht man auch da hinten noch. Der Weihnachts-Express. Da geht alles raus. Produktpaket sowieso. Die Prägeformen, Landschaftsbilder. Ich guck mal gerade, wo sie sind. Wahrscheinlich auf der nächsten Seite. Die gehen raus, um 60% reduziert auf 3,90€. Ach, hier kann man sie sehen. Ist schlecht abzusehen. Kann man schlecht sehen, aber sie sind wirklich wunderschön. Dann die buntschimmernde Zierschnur. 60% reduziert auf 3,90€. Die selbstklingenden Sterne sind auch um 60% reduziert auf 3,70€. Das Kartensortiment Erinnerungen und mehr per Weihnachts-Express. 60% reduziert auf 5,90€. Und die Karten und Umschläge. Die sind auch 60% reduziert auf 5,40€. Und auch dieses Designerpapier ist um 60% reduziert auf 5,90€. Also hier ist nochmal der Weihnachts-Express. Auf Englisch reduziert um 20%, auf 21,60€. Und hier habe ich dann nochmal die Stanzformen. Weihnachtliche Eisenbahn um 60% auf 15,60€. Das Set geht auch raus. So schade. Funkende Feiertage. Ist im Deutschen, so geblieben der Preis, im Englischen um 60% reduziert auf 10,80€. Und ich finde, da sind die Sterne bzw. Schneeflocken. Die sind so schön. Und hier die Stanzformen dazu. Frostige Flocken sind 30% reduziert auf 29,40€. Dann, die süße Weihnachtszeit geht raus. Das Stempelset ist leider nur im Englischen reduziert. Um 60% auf 8,80€. Und die Stanzformen sind aber 60% reduziert. Und kosten nur noch 16,00€. Dann haben wir Kreiert für dich. Das Stempelset geht raus. Ist im Deutschen, also in der Deutschen Schrift, um 20% reduziert. Auf 21,60€. Und im Französischen 20% Und im Englischen 60% Und kostet nur noch 10,80€. Die Stanzi, die wird übernommen. Die Stanzi-Etikettkreation. Und so heiß ist. Die Fingolinde gehen jetzt auch raus. Die waren ja letztes Jahr schon im Patalog drin. Die Elementstanzi könnt ihr bekommen für 60% günstiger. 9,20€. Und das Stempelset ist auch um 60% reduziert. auf 8,80 Euro. So, dann sind wir hier Seite 23, die fröhliche Weihnachtszeit. Das geht raus, 60% reduziert auf 10,80 Euro und die Hybridprägeform festlich eingerahmt. Die ist ja auch übernommen worden vom letzten Mal. Ist um 60% reduziert auf 19,20 Euro. Aber ihr seht, einige ist 60% reduziert. Es lohnt sich diesmal. Produktreihe festlich ist grün, geht auch fast alles raus. Das Stempelset Größe mit Weihnachtsgrün geht raus, aber der Preis bleibt. Die Stanzformen sind aber reduziert an Weihnachtsgrün und mehr und 20% auf 34,40 Euro. Diese Texturelemente, die bleiben im Katalog im nächsten Jahr oder im Jahreskatalog. Und aber das Band, das gewebte Geschenkband in Natur ist um 60% reduziert, kostet nur noch 3,90 Euro. Das Design im Papier geht natürlich auch aus. Um 60% reduziert auf 5,90 Euro. Dann haben wir hier Seite 26, ähm, Jingle, Jingle, Jingle. Geht raus um 60% auf 10,80 Euro. Dann sind wir hier auf Seite 27. Da gehen die Metallglöckchen raus. Metall ist es was, schlache Glöckchen. 60% reduziert, nur noch 3,70 Euro. Dann das Stempel-Set festliche Momente ist um 40% reduziert auf 16,80 Euro. Und die Stanzformen dazu sind auch um 60% reduziert auf 16,80 Euro. Achso, äh, das Stempel-Set ist im Englischen um 60% reduziert. Im Deutschen nur bis 40%. So, dann kommen wir zum Stempel-Set Christmas Barn auf Seite 28. Das, es geht raus, dann hat man den gleichen Preis. Quatsch, das ist das Produktpaket. Aber hier hat sich der Preis nicht geändert. Nur bei den Stanzformen Scheune. Die sind auch um 60% reduziert auf 16,80 Euro. Falls es euch hier zu schnell geht, ihr könnt immer auf Stop machen und seht euch das in Ruhe an. Sonst dauert das so eine Stunde und es ist auch zu viel. Aber so könnt ihr ja mal stoppen, wenn euch irgendwas interessiert und guckt es euch nochmal in Ruhe an. So, hier geht nochmal das Designepapier malerische Weihnacht raus. Das ist auch schon übernommen worden aus dem letzten Jahr. Um 60% reduziert auf 5,90 Euro. Family & Friends geht raus, bleibt aber bei 28 Euro. So, dann sind wir zur Seite 30. Zur Produktreihe im schönsten Licht. Die ist wirklich schön. Das Produktpaket, Moment, wer ist es denn? Christmas Lights geht komplett raus. Das Produktpaket Lichterzauber. äh, bleibt aber nur nicht als Produktpaket. Das Band bleibt, die Glitzersteine bleiben. Das Spezialpapier, schimmernder Glanz geht raus. 60% reduziert auf 4,90 Euro. Und das Designepapier, das besondere Designepapier, festlicher Glanz, geht auch raus. 60% reduziert auf 4,90 Euro. Besonders das Designepapier im schönsten Licht ist auch um 60% reduziert auf 7,60 Euro. Hier sind nochmal die Stempel und Stanzen einzeln abgebildet. Also das Stempelset geht raus, ohne Reduzierung. Und die Stanzformen gehen auch raus. Sind aber 60% reduziert. Und auf 13,60 Euro. Dann die Stempelset Lichterzauber bleibt drin. Genauso wie die Stanzformen. Also aber nur nicht mehr als Produktpaket. Oh, da fehlt eine Seite. So, der Weihnachtshund geht raus, ist aber 60% reduziert auf 10,80 Euro. Und die Stanze dazu, die Handstanze, ist auch um 60% reduziert auf 9,20 Euro. Dann gehen die Leckereien-Tüten mit Sternen raus. Also da kann ich euch nur raten, deckt euch da noch mit ein, weil die sind wirklich schön und kann man für vieles nutzen. 60% reduziert auf 4,90 Euro. Und die coolen Feiertage gehen auch raus. Finde ich auch schade. Ich habe es zwar nicht, aber es ist ein schönes Set zur Geburt oder als Gutschein kann man das gut verwenden. 60% reduziert auf 12,00 Euro. Das ist echt günstig, ne? So, dann auf Seite 36 geht das ganze Produktpaket natürlich raus. Auch die Stempel sind reduziert um 60% auf 10,80 Euro. Und die Stands vor dem Fenster, die sind 20% reduziert auf 33,60 Euro. Dann Seite 37 das Sampapier in Schneeweiß geht raus. 60% reduziert auf 2,50 Euro. Und North Pole ich überlege, ob ich es ausgesprochen werde, wird mir schief. Keine Ahnung. Geht auch raus, aber ohne Reduzierung. Dann haben wir hier den Ups, klebt es. Den Yeti. Der geht auch raus. 60% reduziert auf 8,80 Euro. Der Hintergrundstempel ist nur Crystal. Der bleibt. Und hier geht noch raus die Prägeform verspielter Wald. Die ist auch wirklich schön. 60% reduziert auf 4,90 Euro. Und das Stempel-Set Baumgut Alles gut. Das gehört ja sehr passend zu den Stanzen die es in der Celebration gab. Es geht raus, aber ohne Reduzierung. Dann hier dieses schöne Pergamentpapier. Schneeflocken nennt sich das. Ist aber mit Mundschimmern Glanzeffekt Akzenten Entschuldigung und weiße Beflockung 60% reduziert. auf 4,90 Euro. Das bleibt. Hope and Peace. Dann das Spezialpapier. Metall, Glanz und Schimmer. 60% reduziert auf 2,50 Euro. Das geht auch komplett raus. Peace to you. Ist auch nicht reduziert. Dann kommen wir zur Wichtelreihe. Stempel-Set geht raus. Ist auch nicht reduziert. Die Stanzen die bleiben. Ich weiß nicht ob ihr es schon mitgekriegt habt im Mini-Katalog für den Frühjahr ist auch ein Wichtel-Set drin. Ob da auch die Stanzform zu passen das weiß ich noch nicht. Das Band bleibt drin. Die Glitzersteine gehen raus. Also die selbstklebende Funkel-Schmucksteine 60% auf 3,70 Euro. Und die Plus-Star-Farbe geht raus. Schade. Also wenn ihr euch die noch sichern wollt die ist 60% reduziert auf 2,20 Euro. Dann haben wir noch das Designerpapier. Ist auch 60% reduziert und kostet auch 5,90 Euro. So. Dann haben wir hier Snowman Magic geht raus ohne Reduzierung Stanzform Schneemann die sind 60% reduziert auf 13,60 Euro. So. Dann haben wir hier noch die Zauber von Flocken. Das sind so auch raustrennbare Schneeflocken. Die haben so eine schimmernde Funierung und die Rückseite ist weiß. Die sind auch wirklich schön. Sind 60% reduziert auf 3,00 Euro. All-Bandled-Up geht auch aus ohne Reduzierung. Dann im Geäst wird übernommen und die Stanzformen werden auch übernommen. Seite 47 geht Countless Trees geht raus. 60% reduziert auf 10,40 Euro. Also ich mache es hier ziemlich schnell. Aber ich wollte jetzt nicht die Stunde hier noch das alles zeigen. Ihr könnt ja jederzeit auf Stop machen und euch alles in Ruhe angucken. Produktreihe Herbst-Ernte das Stempel-Set geht raus. Aber das geht raus. Das zeige ich euch gleich auf der nächsten Seite. Die Ahorn-Etiketten und Schmucksteine in Bernstein-Optik gehen raus. 60% Reduzierung auf 3,90 Euro. Leider geht auch der Farbkarton in Schwarz in 12x12 raus. Aber nicht reduziert. Das Design-Papier Herbst-Ernte ist reduziert auf 5,90 Euro. 60% Das Set hier dieses Embossing-Set wird übernommen. So dann das Stempel-Set ist 60% reduziert auf 11,20 Euro. Genauso die Stanzform 60% auf 15,60 Euro. Dieses Stempel-Set hier Gerard Weed ist geht auch raus aber nicht reduziert. Aber die Stanzform dazu Weizen 60% auf 15,20 Euro. Vorn auf Outen geht raus ohne Reduzierung. Die Stanzform Herbststrauß die gehen auch raus und kosten jetzt nur noch 17,20 Euro. 60% Reduzierung. Dann Soft-Set links geht auch raus ist nicht reduziert und Painted Feesend. Ich weiß nicht ob so ausgesprochen wird. Geht auch raus ohne Reduzierung. Die Apfelente bleibt drin. Die Stanzform dazu gab es nur im August, September glaube ich irgendwann gab es die. Also die sind ja nicht mehr erhältlich. Dann die Hexen Best Witches gehen raus aber nicht reduziert. Die Leckereientüten mit Sternen also das hat ich euch gerade schon erzählt kosten nur 4,90 Euro. Und das Designer Papier schwarz-weiß 60% Reduzierung auf 5,90 Euro. Dann Seite 56 Dann geht das Stempelset Scary Cute raus leider nicht reduziert aber die Stanzform dazu schaurige Schatten sind reduziert um 50% auf 15 Euro. Dann Be Witching das Stempelset geht raus ist aber nicht reduziert und die Elementstanze Hexenruth ist um 60% reduziert auf 9,20 Euro. Achso und das Glitzerne Deko Klebeband geht auch raus ist aber nicht reduziert. Produktreihe Landhaus Karos da bleibt das Stempelset und auch die Stanzform bleiben die Kordel mit Silbergang bleibt auch die Basics für Maripel Effekte bleiben auch das Design der Papier geht raus ist 60% reduziert auf 14,80 Euro. Dann das Stempelset Bryce's Beauty geht raus auch die Stanzformen dazu sind 60% reduziert auf 12,40 Euro. Was auch rausgeht was ich wirklich schade finde das Stempelset kann man noch ersetzen aber seine Tweet ist auch nicht reduziert aber die Stanzformen sind wirklich schön das 20% reduziert auf 38,40 und das Schemmer und das Geschenkband in Gold ist auch reduziert um 60% kostet nur noch 3,90 Euro. Dann Jahresringe die werden übernommen sehr schön und die Hybrid Prägeform auch das Stempelset Blumen zum Fest das passt ja zur Stanze Vintage Flasche das geht raus ist aber nicht reduziert und die Produktreihe schöner Tag geht raus ich bin so traurig also das Stempelset schöne Gedanken geht raus ist aber nicht reduziert die Stanzformen schönes Blattwerk auch leider nicht die Metall Accesoires die sind reduziert um 60% auf 3,90 Euro das Saumband in Linngrün auch 60% reduziert kostet noch 3,90 Euro und das schöne Designer Papier ist auch 60% reduziert auf 7,60 Euro das war einer meiner Lieblingsreihen dann haben wir hier noch Forever Friendship geht auch raus ist nicht reduziert und das Produktpaket feierliche Anhänger da die Stanzel gehen raus um 60% sind die reduziert auf 19,20 Euro die feierlichen Anhänger also das Stempelset wird übernommen und wenn ihr noch diese schönen Anhänger haben möchtet da habe ich auch schon ganz viel mit gemacht das lohnt sich wirklich jetzt nochmal 60% reduzierung zu kaufen kostet 19,20 das lohnt sich wirklich die sind so schön man so schöne Anhänger Tags oder man kann die auch auf eine Karte kleben das ist ein tolles Set so die allerbesten Grüße bleiben und aber nicht als Produktpaket aber die Trio Stanze wird auch übernommen raus geht Sun Kiste keine Reduzierung so und dann haben wir es jetzt kommen noch Produktpakete die ja sowieso ausgehen und hier ist nochmal alles auf einen Blick aber ihr seht wirklich viele Reduzierungen diesmal lohnt sich es wirklich nochmal aus dem Ausverkauf zu bestellen wenn ihr noch was bestellen möchtet und wenn ihr bei mir bestellen möchtet würde ich mich natürlich sehr freuen ihr könnt im Onlineshop bestellen ich blende euch hier meinen Gastgeberincode ein aber ihr könnt auch bei mir bestellen direkt die mir eine E-Mail schicken auch hier blende ich euch nochmal meine E-Mail Adresse ein aber ich weiß nicht was alles noch lieferbar ist also ich würde euch raten direkt selbst zu bestellen im Onlineshop weil wenn ich mehrere Bestellungen eingebe kann sein dass ich bei der letzten Bestellung nicht mehr alles bekomme also rate ich euch wirklich im Onlineshop zu bestellen da könnt ihr direkt um 12 Uhr also am 1. Dezember 0 Uhr in den Onlineshop gehen und euch das was ihr noch haben möchtet bestellen und wenn ihr irgendwas unbedingt noch haben möchtet und dann würde ich nicht auf den Ausverkauf warten weil dann kann sein dass es dann schon weg ist das wäre ja dann schade und wenn ihr noch Fragen habt und irgendwas wissen möchtet meldet euch gerne bei mir meine Kontaktdaten findet ihr in Infobox direkt unter dem Video ja dann wünsche ich euch dass alle eure Wünsche erfüllt werden aus dem Ausverkauf und wir sehen uns im nächsten Video Tschüss Musik 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 Musik